Da das letzte Video zu Oliver Jahnig und Klimawandel und so so gut angekommen ist, unglaublich gut, ich werde es euch hier unten verlinken, wollte ich hier ein Folgevideo machen und zwar hat mir hier jemand ein Kommentar unter das Video geschrieben, das fand ich einfach so mega genial, das ist mir auch schon vor langer, langer Zeit aufgefallen und ich zeige euch einfach mal das Kommentar und lese es einfach mal vor, was hier steht. Finde ich so mega genial, das ist einfach so wirklich, wie da die Menschen nicht irgendwann erkennen, dass da irgendwas nicht stimmen kann und zwar schreibt hier Bildertal, ein Top-Zuschauer von mir, hat hier geschrieben unter das Video Oliver Jahnig und Klimawandel, seht ihr hier oben, und der hat also geschrieben, Guten Morgen Eugen, es gibt zumindest ein Thema, dessen sich die Truther-Bewegung nicht annimmt, egal ob Pro- oder Kontra-Klimaerwärmung sind, der Veganismus bleibt außen vor. Okay, und das ist einfach so der Punkt, den ich so mega mega interessant finde, bei diesen ganzen Truthern, bei diesen ganzen Leuten, die nach der Wahrheit suchen und die finden diese ganzen Verschwörungstheorien, ja und jeder will irgendwas Schlechtes, ja, überall Satan-Symbol, auch mit Okkultismus ist das vermischt und auch Astrologie sogar, ja, ich habe so ein Interview von Oliver Jahnig gesehen, mit so einem Typen, absolut unfassbar. Und auf jeden Fall, diese ganzen Themen, ja, die finden alles heraus, da wird irgendwas gemacht, da versuchen die die Menschen irgendwie zu vernichten, da ist irgendwas Schlechtes, die finden bei jeder Kleinigkeit, finden die irgendwas, ja, die finden alles heraus, alles was irgendwie schlecht ist, finden die heraus, die Truther nennt man die, okay. Und ihr kennt diese ganzen Kanäle, Oliver Jahnig ist zum Beispiel so ein Kanal, ja, und davon gibt es hunderte verschiedene, die anderen sind meistens ein bisschen kleiner, Oliver Jahnig hat ja schon fast die 100.000 Abonnenten erreicht. Und auf jeden Fall, diese ganzen Truths, die diese ganzen Sachen herausfinden, die haben alle etwas gemeinsam, ja, und das hat er hier geschrieben, der Bildertal, die haben alle etwas gemeinsam und zwar, äh, übersehen die irgendwie das allergrößte Problem auf diesem Planeten. Das übersehen die, ja, die übersehen irgendwie nicht, dass Industrien irgendwie was Schlechtes machen wollen, der Staat und alles, ne, alles ist schlecht und die übersehen die Tierproduktindustrie, die übersehen die, ja, die milliardenschwere Fleischindustrie, die milliardenschwere Milchindustrie, die milliardenschwere Fischindustrie, die milliardenschwere Eierindustrie, die milliardenschwere Eierindustrie, die übersehen die auf einmal. Wir haben hier Supermärkte und da gehen die auch einkaufen und kaufen sich die ganzen Sachen dort, die gut schmecken und kommen aber nicht auf den Trichter mit der Ernährung, dass vielleicht mit der Ernährung irgendwas nicht stimmt. Es stimmt gar nichts im Leben bei denen, bei den Truthern. Alles ist falsch, alles ist fake, alle lügen, alles Offizielle ist falsch und offiziell wird gesagt, Tierprodukte gut, Milch für Knochen, Fleisch für Protein. Und diese Sachen, die sind auf einmal wahr, die werden nicht hinterfragt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Deswegen hat der Bilderteil diesen Kommentar geschrieben und deswegen mache ich dieses Video, weil ich auch endlich mal das sagen will. Ich wusste gar nicht, dass das irgendwie relevant ist oder dass es den Menschen irgendwie noch gar nicht aufgefallen ist. Überleg doch mal, wie ihnen das nicht auffällt. Woran sterben alle Menschen? Jetzt unabhängig von Unfällen und sowas. Woran sterben die Menschen? Die sterben nicht friedlich im Bettchen, die legen sich hin, kerngesund und dann schlafen die ein und dann hört das Herz auf zu schlagen, die sind weg. Die Menschen sterben an Krankheiten. Nummer 1 Killer sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das heißt Arteriosklerose. Arteriosklerose, deswegen kriegst du die ganzen Herzerkrankungen und Gefäßerkrankungen meine ich. Gefäßerkrankungen heißt alles Herzinfarkt, Hirninfarkt, Schlaganfall, diese ganzen Sachen. Und das kommt von Cholesterin, okay? Und die sprechen ja auch so gern über Studien oder sowas, wie Oliver Janich und sowas, sprechen ja auch über Studien tatsächlich und verlinken die. Aber sind noch nie auf die über 100.000 Studien gestoßen, die sagen, dass Tierprodukte ungesund sind. Noch nie gehört davon. Noch nie irgendwie, das ist so banal, das ist wirklich, das fällt einem auf, wenn man mal darauf achtet. Diese ganzen Truths sprechen niemals über Ernährung. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die kommen nicht auf den Trichter mit der Ernährung. Die kommen nicht darauf, dass das, was auf ihrem Teller liegt, dass sie das umbringt. Dass das diesen Planeten ruiniert. Hashtag Klimaleugner. Dass das ihre eigene Gesundheit ruiniert. Dass das ist, was die Menschen umbringt und nicht diese anderen Verschwörungstheorien, von denen die erzählen. Höhere Mächte, Illuminati, Satan, Bevölkerungsstar. Ich will das gar nicht aussprechen, ihr wisst, was ich meine. Diese ganzen Sachen und Jam Trails und diese ganzen Sachen. Aber das mit der Ernährung, darauf kommt keiner. Ganz seltsamerweise. Es ist so offensichtlich. Es ist so offensichtlich, das liegt auf deinem Teller. Du gehst raus, was siehst du da von der Industrie da draußen? Was siehst du da? Plakate hängen. Hier, Wurst und sowas, Milchplakate und alles. Da kommen die nicht drauf. Da zeigen die nicht mit den Fingern drauf und sagen, hier, das zeigt uns die Industrie. Die kommt drauf, wenn da Zigarettenwerbung ist, dann sagen die, das ist dazu da, um Menschen krank zu machen. Davon sterben die und so. Aber wenn da ein Milchplakat hängt, dann sagen die nichts dazu. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ist euch schon mal aufgefallen, dass die ganzen Trutha nie über Ernährung sprechen? Ist euch das schon mal aufgefallen? Und das sollte euch etwas sagen über diese Personen, über die Trutha, ob die echte Trutha sind oder ob der Wind von einer ganz anderen Richtung weht. Und das ist ganz genau der Punkt, auch bei Oliver Janich. Hier eine Frage von mir. Könnt ihr vielleicht mal zum Oliver Janich gehen? Vielleicht steht irgendjemand dem näher? Ja, also ich denke nicht, dass wenn man bei dem unter einem Video was schreibt, dass er darauf reagiert, weil der ist ja riesengroß. Vielleicht steht ihm jemand näher auf Telegram oder sowas und kann den mal fragen, hey, was hältst du von Veganismus? Frag den mal ein bisschen was über Ernährung. Dass der Oliver Janich nicht Veganer ist, das ist ganz klar. Das siehst du an seinem Gesicht. Sein Gesicht ist völlig aufgedunsen und rund. Also sieht keiner aus, der keine Tierprodukte isst. Also sieht nur jemand aus, der Tierprodukte isst. Er ist kein Veganer, das kann ich euch versichern. Und ich habe mal recherchiert, ungefähr eine Stunde habe ich recherchiert und habe versucht, irgendwas zu finden, irgendeine Aussage von ihm über Veganismus oder über Ernährung und konnte nichts finden. Er hat darüber noch nie gesprochen. Dieses Thema ist völlig okay. Das ist so, wie es offiziell gesagt wird, so ist es auch richtig. Darauf kommt er nicht. Auf den Trichter kommt er nicht. Okay. Und das ist einfach so für mich so, was kann ich nicht verstehen? Dazu kommen natürlich auch noch, wenn man kein Veganer ist, dann ist man auch noch ein Klimaleugner. Er sagt, dass Tierprodukte nicht die Umwelt zerstören. So wie ich verstanden habe, ist er sogar für CO2. Hat er in einem Interview gesagt, je mehr CO2, umso besser. In diesem 2-Stunden-Interview da. Und da hat er in diesem 2-Stunden-Interview, was ich euch nicht verlinken werde, weil das Video ist, wirklich, da sterben dir die Hirnzellen ab. Sein Interviewpartner hat ein Wort zum Veganismus gesagt. Hat ihm gesagt, das ist NWO. So ein NWO will, dass Veganismus vorankommt, um die Menschen halt, die Bevölkerung zu, ihr wisst, was ich meine. Aber der Oliver hat dazu nichts gesagt. Der hat dazu kein Wort gesagt. Und naja, ich denke auch persönlich, wenn er mal was dazu sagen würde, würde er auch sagen, wahrscheinlich ist von der NWO irgendwas Schlechtes, ganz klar. Ist etwas Schlechtes, der Veganismus, ganz, ganz schlecht. Und deswegen, wir wissen ja auch Studien und sowas, solche Sachen natürlich, Veganer die allerschlankesten, Veganer das wenigste Diabetes und die größten Studien, die je gemacht wurden, Veganer die niedrigsten Wahrscheinlichkeiten für alle Krankheiten, den niedrigsten Körperfettgehalt. Deswegen sind Veganer schlank. Die ganze Welt ist am explodieren. Es gibt immer mehr Fette auf der Welt. Beschäftigt euch da mal, wie viel Fette es gibt. Das ist die größte Epidemie auf der Welt, Übergewicht. Und die Veganer sind alle komischerweise so schlank. Woran liegt das wohl? Woran liegt das wohl? Warum haben die keine kugelrunden, aufgedunsenen Gesichter? Tja. Und das ist einfach so ein Punkt. Frag dich mal, was ist mit Ernährung, Oliver? Mach dazu doch mal ein Video. Wieso kommst du nicht auf den Trichter mit der Ernährung? Dass daran vielleicht etwas faul ist, dass du nicht einfach so in dein Geschäft gehen kannst und dir alles dort kaufen kannst, was dir gut schmeckt. Okay, deswegen macht er nichts darüber. Deswegen macht kein Truther etwas über Ernährung, weil die müssen sich mit Ernährung befriedigen. Sind auch wahrscheinlich ein bisschen depressiv. Und das Befriedigen, hört man ja schon, das befriedigt einen. So eine Thunfischspitzer essen, so ein Steak mit Jägersauce essen, das befriedigt, oh lecker, lecker, das befriedigt. Deswegen essen alle Menschen Tierprodukte. Und deswegen kriegst du die davon nicht los, weil die sich befriedigen müssen, weil sie sonst ihr Leben nicht ertragen würden. Okay? Und natürlich, wenn man Verschwörungstheoretiker ist, dann ist man so und so, alles negativ, alles schlecht. Dann muss man sich damit befriedigen. Deswegen redet niemand darüber. Auf den Trichter kommt niemand. Okay? Oder die kommen darauf, aber die verdrängen das komplett. Auch noch so eine andere Sache ist zum Beispiel die Sache mit den Studien. Oliver Janich spricht auch öfters über Studien und verlinkt, ne, und hat wohl voll die übelste Ahnung davon und so. Also, ja, Oliver Janich. Aber auf die 100.000 Studien gegen Tierprodukte bist du noch nie gestoßen. Ja? Ganz, ganz seltsam. Wir können hier mal in mein Dokument rein switchen. Einfach, ja, in mein Dokument. Das habe ich gemacht. Das ist nicht irgendwo hergeklaut oder sowas. Das habe alles ich erstellt. Das ist mein Dokument. Hier habe ich mal, ich mache hier auf meinem Video, auf meinem Kanal Videos über Studien. Ja, da spreche ich über Ernährung, was die Wissenschaft zur Ernährung sagt. Und da findet man halt Studien. Du hast bestimmt schon mal gehört, Milch ist ungesund. Fleisch verursacht Krebs, ne. Vielleicht kommt das nicht von ungefähr. Das hat sich vielleicht niemand ausgedacht. Okay, und dann gibt es Studien. Du magst auch Studien. Okay, Ketogen, Low Carb, ne, das ist ein No-Brainer. Natürlich, der Mensch läuft auf Glucose, auf Kohlenhydraten und dann zum Beispiel so Typ 2 Diabetes. Und dann guckt man sich an, woher kommt das? Und dann stellt man fest, es kommt von Tierprodukten. Es kommt davon, dass so Tierprodukte sind voll mit Fett. Du isst Fett und kriegst interzelluläres Fett und wirst insulinresistent. Ja, diese ganzen Studien. Wer hat sich das alles ausgedacht? Diese ganzen Studien. Okay. Und dann hier zum Beispiel noch andere Themen. Themen hier, woher kommt Arthrose zum Beispiel oder Öl. Ja, okay, Öl ist pflanzlich. Lassen wir das Thema Öl. Das wäre zu viel, ne. Lassen wir das Thema Öl lieber weg. Alkohol, ungesund, und das weißt du wahrscheinlich auch hier so. Vegan-Studien, ne, zum Beispiel Heemeisen auch, ne. Heemeisen in allen Tierprodukten, nur in Tierprodukten. Guck dir mal die Wissenschaft dazu an. Was sagt die Wissenschaft? Dass man davon Krebs kriegt. Okay. Und halt Eskimos Inuit, ne. Und Zucker füttert Krebszellen, ne. Was natürlich nicht wahr ist. Da waren ein paar Konterstudien. Endometriose zum Beispiel. Brustkrebs. Woher kommt Brustkrebs? Du magst so Studien. Lies doch mal ein paar Studien. Ne. Das kommt davon, von dem was du isst, ne. Und Fettleber. Woher kommt das? Und dann Arthritis. Und dann, was haben wir da noch für interessante Themen? Genau. Menschliche Evolution. Ist der Mensch durch Fleisch essen zum Mensch geworden oder nicht? Gefäßerkrankungen rückgängig machen. Die einzige Möglichkeit, wie man das macht. Nummer 1 Killer auf der Welt. Gefäßerkrankungen. Wie macht man das rückgängig? Guck dir die Wissenschaft mal an. Und dann guckst du dir solche Sachen mal an, ne. Tierprodukte haben einen ganz bestimmten Makronährstoff. Zum Beispiel tierisches Fett. Was macht tierisches Fett im Körper? Geht mal zum Oliver Janich hin und fragt ihn mal, hey, isst du gerne Eier? Und dann sagt er, ja, esse ich gerne, schmecken ja ganz gut. Und dann fragst du ihn mal, was macht das Ei in deinem Körper? Und dann kann er dir nicht antworten. Und das ist irgendwie nicht so klug, nicht antworten zu können. Du isst etwas, es macht etwas in deinem Körper und du weißt nicht, was es macht. Es ist dir völlig egal. Du willst dich nur geschmacklich befriedigen. Dir ist völlig egal, was es in deinem Körper macht. Nehme ich dich jetzt in ein Chemielabor und gebe dir ein schwarzes Pulver und sage, isst das mal. Was sagst du dann? Dann sagst du, ne, esse ich nicht. Ich weiß nicht, was das in meinem Körper macht. Ah, jetzt interessierst du dich auf einmal dafür. Merkst du? Finde den Fehler, wie ich so gerne sage. Okay? Frag den doch mal. Und dann tierisches, was macht tierisches Fett im Körper? Was macht tierisches Protein im Körper? Guck dir die Wissenschaft an. Tierisches Protein und Nierenprobleme. Guck dir die Sachen mal an. Und dann zum Beispiel solche Sachen wie Kuhmilch. Der konsumiert bestimmt Milch. Milchprodukte, Eis, Joghurt, alles lecker, alles so gesund, haben wir alles gelernt. Von den offiziellen Stellen, die immer alles falsch sagen, nur beim Thema Ernährung nicht. Beim Thema Ernährung haben die schon recht, oder? Deswegen hier, Kuhmilch. Guck mal, diese ganzen Studien. Wer hat sich das alles ausgedacht? Wer hat sich das alles ausgedacht? Guck mal, oh, sind irgendwie ziemlich viele. Hier, das sind alles Studien, die zeigen, dass du von Kuhmilch jede Erkrankung kriegst, die du dir nur vorstellen kannst. Okay? Ich rede mir schon hier den Mund fusselig. Guck mal. Was habe ich da alles Schönes rausgesucht? Cholesterin und Krebs. Hast du noch nie gehört, oder? Du isst ja dreimal am Tag Cholesterin. Deswegen, wieso kennst du diese Studien nicht? Wie bist du darauf nicht gestoßen? Eier. Eier sind doch so gesund, oder? Hier, guck dir doch mal ein paar Studien an, was Eier in deinem Körper machen. Damit du auf die Frage antworten kannst, was Eier in deinem Körper machen. Und hier, Eier erhöhen den Cholesterinspiegel nicht. Hast du schon mal gehört? Das ist ein Betrug der Eierindustrie. Hier sind Betrugsstudien und die richtigen Metabolic Watch-Studien. Deswegen Fleisch. Hast du schon mal gehört, Fleisch ist ungesund? Vielleicht liegt das daran. Vielleicht liegt das, weil das bewiesen wurde von vorne bis hinten. Okay? Siehst du das? Und so könnte ich immer weitermachen. Und wer das verstehen will, warum das so ist, warum sind das alle Tierprodukte, für den habe ich halt so ein absolut geniales Bild, das einfach zeigt, Tierprodukte gegen pflanzliche Produkte, deswegen sind Veganer am allergesündesten, die essen das rechts. Daraus bestehen alle Pflanzen, das links daraus bestehen alle Tierprodukte. Und alles, was du dort siehst, ist nur in Tierprodukten, das links. Und deswegen verursachen alle Tierprodukte diese Krankheiten, von denen du schon mal gehört hast. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, diese ganzen Studien stimmen alle nicht. Ja, die sind alle falsch interpretiert und darauf nicht geachtet, nicht adjustiert und so, ne? Not adjusted, die typische Ausrede von Fleischessern und Low Carbern vor allem. Stell dir mal eine Frage. Stell dir mal die Frage, wie kann das sein, dass es ungefähr 100.000 Studien gegen Tierprodukte gibt und null gegen pflanzliche? Wie oft hast du davon gehört, Bananen verursachen Krebs? Wie oft hast du davon gehört, Erdbeeren verursachen Leukämie? Wie oft hast du davon gehört? Hört sich so seltsam an, oder? So seltsam. Das einzige, was du mal gehört hast, ist, Äpfel wirken gegen Krebs, verhindern Krebs. Erdbeeren verhindern Krebs. Das liegt daran, dass sie Antikarzinogene enthalten und Antikarzinogene sind sekundäre Pflanzenstoffe, die gibt es nur in Pflanzen. Tierprodukte haben nur Karzinogene, okay? Findest du in meiner Liste, ich habe da ungefähr 20 Karzinogene aufgelistet. Oh, sieht man hier gerade, hier habe ich die aufgelistet. Ja, ein paar. Und auf jeden Fall, auf diesen Trichter kommt kein Truther. Hey, Truther, was ist denn los? Und ich kann euch sagen, ganz genau, was los ist. Das Schlimmste, was du einem Menschen nur antun kannst, ist, über das zu reden, was auf seinem Teller liegt. Darüber kannst du nicht reden. Er wird dir dafür den Kopf abreißen. Er wird, wie ich so schön sage, der Mensch da draußen, die Gesellschaft da draußen und die ganzen Truther, die Menschen werden den Planeten ruinieren, Klimawandel, die Menschen werden die Tiere ruinieren, unendliches Tierleid, sie haben Blut an den Händen, die zahlen dreimal am Tag für die Ermordung von Tieren und für Tierschändung, damit man Tierprodukte aus ihnen gewinnt. Okay, ich kann euch mal die Doku Earthlings verlinken, wer sich mal die Augen öffnen lassen will. Und, also sie werden den Planeten ruinieren, die Tiere und sie werden ihre eigene Gesundheit ruinieren. Sie werden Krebs kriegen, Diabetes kriegen, alles kriegen, sie werden fettleibig werden, aufgedunsen werden. Und, aber sie werden niemals ihre Ernährung ändern. Sie werden nicht sagen, nein, jetzt darf ich das nicht mehr essen. Okay, das werden sie niemals sagen, du musst deine Tierprodukte weiter essen und du wirst das Thema verdrängen, du wirst das unter den Teppich kehren, so wie die Truther das machen. Ja, normalerweise, rein logisch, müsste die ganzen Truther-Kanäle, müssten jedes zweite Video über Veganismus machen, ja. Dadurch, dass die Fleischindustrie die Menschen vergiften will, natürlich nicht mit Absicht, aber die wollen Geld verdienen. Es ist ihnen völlig egal, was es mit der Gesundheit der Menschen macht, die Tierprodukte. Es ist ihnen völlig egal. Geh zu irgendeinem hohen Tier, Industriellen in der Fleischindustrie. Halt ihm ein Mikrofon an den Mund und frag ihn, was macht Fleisch im Körper der Menschen? Er kann dir nicht antworten. Er weiß es nicht, es ist ihm völlig egal. Der ist Multimillionär, dem ist so und so alles völlig egal. Der leitet nur diese Industrie und das war's. Die Menschen können dir die Frage nicht beantworten, was ein Nahrungsmittel, was du isst, in deinem Körper macht. Okay. Und dann gibt es solche Menschen, die können das beantworten, so wie ich. Ich weiß, was Fleisch in meinem Körper macht, wenn ich es esse. Ich weiß, was ein Ei in meinem Körper macht, wenn ich es esse. Deswegen esse ich die zwei Sachen nicht. Und ich weiß, was Bananen in meinem Körper machen. Ich kann die Frage beantworten. Und deswegen esse ich Bananen. Ich weiß alles, was ich esse, was es in meinem Körper macht. So werden Menschen zu Veganern, die Gesundheitsveganer. Die allermeisten Veganer werden wegen Tieren Veganer. Ich bin ein Gesundheitsveganer. Und deswegen, dass darüber keiner spricht, das bedeutet etwas. Du kannst den Menschen niemals das Essen auf dem Teller wegnehmen. Das ist ihr Heiligtum. Weil du musst dich damit befriedigen. Ansonsten erträgst du das Leben einfach nicht. Okay. Stellt euch mal diese Frage. Fragt den Oliver Janich mal über Ernährung. Hey, Oliver Janich. Das mit der Ernährung ist keine Meinung. Das hier ist keine Meinung. Das ist die knallharte Wissenschaft. Das ist keine Meinung. Ich habe mir Veganismus nicht ausgedacht. Ich habe das nicht angefangen aus Langeweile. Ich habe das deswegen angefangen. Ja, deswegen. Und das ist nicht die offizielle Meinung. Das ist die inoffizielle Meinung, die euch niemand erzählt. Von den offiziellen Stellen. Alle offiziellen Stellen, wie die Truther sagen, dass sie alles falsch sagen. Die offiziellen Stellen sagen euch, du sollst hier Produkte essen. Du sollst Fleisch essen für Protein. Du sollst Milch konsumieren für deine Knochen. Du sollst Öl konsumieren für gesunde Fette. Du musst diese ganzen Sachen machen. Und das glaubt ihr. Okay. Wie wäre es, wenn ihr mal das nicht glaubt und euch mal damit beschäftigt. Mit der Wahrheit. Was ist damit? Truther. Ich finde es so wahnsinns absurd. Deswegen fand ich den Kommentar von dem Bildertal so genial. Darauf kommt keiner. Pro Klimawandel oder was auch immer um was für ein Thema. Es geht die ganzen Truther. Darüber spricht niemand. Woran das wohl liegt. So ein Steak schmeckt schon ganz gut. Und dafür wird man alles auf der Welt ruinieren lassen. Völlig egal. Die Menschen sterben an Krankheiten. An dem, was sie essen. Davon sterben sie. Du kannst in Studien sehen, woran Menschen sterben. Du sagst, es kommt von der schlechten Luft. Dann beweist das mal mit Studien. Kannst du nicht? Ich kann aber beweisen, dass es von Tierprodukten kommt. Wer hat jetzt recht? Oder von Genen zum Beispiel. Wie du es ganz leicht beweisen kannst, dass es nicht von Genen kommt, indem du dir Studien anguckst, wo Menschen untersucht wurden, die zum Beispiel von Japan, wo Brustkrebs von 1980 unbekannt war, nach Amerika gewandert sind. Die Menschen sind Japaner, echte Japaner, und sich ernährt haben wie in Amerika und Brustkrebs gekriegt haben. Okay, und daran siehst du, haben sich am Flughafen die Gene geändert der Menschen? Nein. Sie haben das gegessen, was man in Amerika isst und sind deswegen so krank geworden. Okay, daran gibt es mehr als genug solche Studien. Das ist der ultimative Beweis. Aber die Menschen müssen es auf alles schieben. Warum schieben das die Menschen zum Beispiel auf Gene? Gene, weil du damit deine Verantwortung abgibst. Gene kann ich nicht beeinflussen. Oh, ich habe diese Krankheit gekriegt. Ich kann nichts dafür. Natürlich kannst du, du kannst alles dafür. Du kriegst Krankheiten von dem, was du isst, was du in deinen Mund steckst. Und das erfährst du, wenn du dich mal mit Fragen beschäftigst. Was macht das und das in deinem Körper, wenn du es isst? Okay, und dann findest du heraus, was Krankheiten verursacht. Das verursacht Krankheiten. Ich werde es euch verlinken, diese Liste, meine Liste. Okay? Und von daher Inoffizielles, das ist Inoffizielles Wissen. Das ist gegen die öffentliche Meinung. Deswegen, davon spricht niemand. Woran liegt es, woran liegt es? Von daher, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das kommt auch so gut an, wie das erste Video von mir. Ganz klar. Und wer mich unterstützen möchte, wisst ihr, kannst du Mitglied werden. Da gibt es auch ein Illuminati-Symbol und so. Und dann weißt du auch Bescheid, woher der Wind weht. Frag den Oliver ja nicht mal über Ernährung. Oli will reden.